Okay, ja, ich hab das gemacht. High Five, Jungs! Okay. Jetzt geht's weiter auf. Hier sieht man den NS Freerider am Snacken. Wollt ihr auch was essen? Neko, wie findest du mein neues Rad? Geil. Das ist doch meinst du, das ist immer geil. Aber das ist schon wieder ein anderes Gelb wie bei deinem Downhiller. Ja. Das ist so krass bei denen. Das ist ein bisschen lokal, glaub ich. Müll? Müll immer mitnehmen. Guck mal wie schön neblig. Das ist geil, wenn der Nebel so über den... leicht so über dem Wasser sieht. Ich weiß nicht, ob wir die Spinnen weben, das weiße, steht hier überall. Da hast du mir gefroren, gell? Ja. Da hinten im Feld, da steht ein Aale Caddy. Ey, komm. Ey, guck mal, jetzt kommt die Sonne raus. Und wir kommen hier mitten aus der Natur. Ey, ich geh was auf euren Caddy geklaut. Dort sind wir ins Feld gestellt. Hehehe. So, jetzt geht's los. Eine kleine Tour gemacht. Für den neuen Ort. Nach Entbach am Flow Trail. Locker machen. Okay. Gut gefangen erstmal. Hab lauter mich selber. Was ist denn jetzt hier los, ey? Neues Rad gleich gefickt, ey. Ficken darf man ja nicht sagen. Was hab ich denn hier gemacht? Weil ich da irgendwie gelandet und gekonnt weggerutscht. Nicht schlecht. Ich hab mich aufs Maul gelegt. Ich hab mich aufs Maul gelegt. Ich kenne es 15 Euro. Mir geht es halt nur um Halbtale. Oh lai. Jetzt haben wir auch keine Probleme mit der Airbrake. Und? Bisschen aufs Maul gelegt. Ich hab's noch so gesagt. Alter, mein Hinterrad geht weg. Bei mir ist das Vorderrad. Joooo. 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 Richtig gefällt, weißt du ey. Ich mach so. Ich mach so. Und er so. Rot. Ja, das mein ich ja. Rot-Blau. Wup. Boah, Schokolade. Jelён! Ja, Freunde, das war noch mal! Ich hab's hier noch mal. Was für das ist SpongeBob? Ja. Ich hab's, das ist richtig. Mein Ernst? Alles für die Zähne! Oh! Oh! Haha! Siehst du die Brille an? Nein, nein, lass die Brille ab, weil du musst die Fauna und Flura sehen. Kann ich euch den geilen Platz zeigen? Nein, ich sag mal nichts. Ich kann auf dem letzten erfahren, da rutscht es mir eben so heftig die Kette runtergerutscht. Es ist halt so ein bisschen Treten, so ein kleiner Trail, aber macht übelst Spaß. Ja, war geil! High Five Jungs! So, ich wollt grad sagen, ey, wenn ihr fahrt hier mit Klink... Mann, weißt du, ich hab da nie ne Kamera an, ey. Der Sattel ist sogar dabei hochgegangen. Ne, der war noch oben, scheiße. War das jetzt dein erster Sturz? Ja, weil eben hatte ich einfach nur einen richtig geilen Burner. So Jungs, normalerweise tretet man hier weiter. Probier! Haha! Was geil! Ich werf dir jetzt zu dir. Du musst kicken. Ne, go fang! Das ist doch gar nichts drin. Niko! Haha! Bist du eingeklickt? Ne. Haha, gut. Hör! Er hat aber mit Eimer Festhalten gemacht. Ich muss dazu sagen... Was würde Leo sagen, wenn er das sieht? Nachmacher! Also das kommt ins Video! Das kommt ins Video! Hör! 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 Ich hab die Kamera alle vor! Ich kenn die Strecke absolut gar nicht! Rechts! Rechts! Jetzt rechts! Alle rechts! Fahr vor! Karl, fahr! Neko, ich komme! Okay, Karl, ich komme! Hallo! 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 Alle dem Auretzender her, läuft ja! Boah, ihr habt gut gebremst, he? Da bin ich voll abgerutscht, he? Scheiße, abgerutscht! Hast du mich gesehen? Ich versuch's mal! Warte! Lass dich eigentlich nicht! Komm mal weg! Junge, wie weit geht's noch? Ein bisschen beschissene Anfahrt da drauf. Das ist schon nicht so einfach. Der hier kommt mit! Der war eigentlich gut! Ein bisschen schneller geht das! Robi! Ohohohoho! Ohohoho! 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 Das ist nicht so, dass wenn du so dicht hinter einem bist, siehst du keine Wurzeln. Ohohoho! 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 Kommt drauf an! Steil! Wie gut ist die Idee, dass das nicht mit der Kamera so weit vorne fährt? Weiß auch nicht. Da ist ein bisschen Wurzel. Jannis, gib mal mehr Gas. Ich sehe nichts. Das war ein bisschen was, aber es war ein bisschen. Woh! Neeeeeee! Oh, ja! Oh, nein! Du bist aber mehr Gas! Ja, geht nicht! Janus, was hast du denn da oben gemacht? Geil, du willst doch völlig beenden, Junge. Macht mal Platz für die Leute. Alter, was war das denn? Lassen wir die Leute mal durch, oder? Das war echt eng. Ja, wir sind hier so in Mittelhessen, aber gefühlt in den Bergen. Jonas, meinst du zu dem Turm? Könnte auch sein. Den meine ich auch. Stimmt, der Turm hatte nämlich die Atene drauf. Lassen wir mal auf. Lassen wir mal auf. Alter, Vater! Tschüss sagen! Ciao! Hallo! So, reicht jetzt.